Dein Zoo heute in Buraida, Saudi Arabien. Das hier ist Ibrahim Al-Muhayleb. Und seine Kamelherde ist stolze 40 Millionen Dollar wert. Denn er hat die größte Kamelsammlung im ganzen Land. Einige seiner Kamele sind so hübsch, dass sie Preise auf der Umra Kaida gewonnen haben, einem Schönheitswettbewerb für Kamele. Alle bewundern seine Herde und das Geschäft blüht. Ich mag einfach Kamele und habe auch Millionen dafür gezahlt. Es ist auch mein Hobby. Viele Menschen haben ein Problem damit, aber ich werde auch von vielen unterstützt. Ich habe zwei Jahre in Folge Hauptpreise beim Umra Kaida Schönheitswettbewerb abgeräumt. Al-Muhayleb hat mehrere Kamelcamps aufgebaut, wo man Kamelmilch trinken und sich mit anderen Kamel-Enthusiasten treffen kann. Eines seiner teuren Kamele kostet stolze 8 Millionen Dollar, unfassbare Beträge. Und was für die meisten Menschen viel zu teuer ist, ist für Ibrahim gut angelegtes Geld. Dein Zoo hat immer geöffnet, hier auf YouTube. Klicke auf das Logo zum Abonnieren. Links für die süßesten Tiervideos und rechts für die interessantesten Stories. Viel Spaß beim Anschauen.